LED-Streifen wieder ablösen. Kann man LED-Streifen ohne Rückstände wieder entfernen? Ich freue mich über jede Antwort. Liebe Grüße. Tapete nein, Wand ja. Am besten ein bisschen den Kleber anpusten, damit der trocknet und nicht alles mit wegreißt. Anpusten, zum Beispiel mit einem Föhn. Wenn du die kälteste Stufe wählst, geht das auch, aber pass auf, dass die Tapete nicht anfängt zu brennen. Es werden sicher Klebereste zu sehen sein, je nachdem auf welchen Untergrund du die Streifen aufgeklebt hast. gibt es immer eine Möglichkeit sie zu entfernen. Ich würde sie auf eine gestrichene Wand kleben. Wie meinst du das? Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst bitte ein Abo und ein Like da. Außerdem könnt ihr bei gutefrage.net vorbeischauen.